So, das mit dem Krok sammeln hier da oben an der Bergspitze war für ein Popo. Wo könnten wir denn jetzt... Aber hier sind doch drei Bäume in einer Reihe. Schade, dass wir hier kein Thulin haben. Dann gehen wir da mal rüber. Was? 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 So... Ach, das ist ja was. Und nun? Oh, what the fuck, wie soll ich denn hinkommen? Wie soll ich denn hinkommen? Wie soll ich denn hinkommen? Vom Baum, oder? Und und und? Oh, fuck! Hm. Knockternähen ist auch vorbei. Vielleicht zwei Versuche. Oh, nein, 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 nein. Ja, hart erkämpft. Wo will ich jetzt landen? Hier? Hier? Ja, gut. Nein. Ah, ein Pfeil vergeigt. Und da wenigstens ein Crocs haben wir rausgesprungen. Nein. Oh, nur.